Seine Fans fragen sich bereits seit Wochen, wo Niklas Wilson Sommer seine Profikarriere fortsetzt. Nachdem ein Foto mit Bielefeld-Sportdirektor Mutzel geleakt wurde, schien der Wechsel zu Arminia Fix zu sein. Doch nun vermuten Fans, dass es im Renne um Willi einen neuen Favoriten gibt. Dieser soll der SSV Jan Regensburg sein. Der Grund für die Vermutung ist, dass Willi dem Klub seit zwei Tagen auf Instagram folgt. In der heutigen Zeit oftmals der erste Schritt zum Wechsel. Was denkt ihr, wohin wechselt Sommer?